Okay, schon wieder Q-Mate. Nun gut. Äh, erstmal Navigation. Na komm, machen wir erstmal. Äh, was muss ich hier machen? Äh, geht durch da. Okay, das war einfach. Hier ist ja keiner, ey. Okay. Wo muss ich hin? Admin. Sascha kommt mir entgegen. Naryas steht da. Okay. Diese Dreckskarte, ey, Mann. Okay, Naryas macht Kabel. Gameson mag anscheinend auch. Äh, halt. Rockstar, GG. Okay. Okay, wo? Okay. Zwei hier sogar. Alter, Alter. Wo liegt die Leiche? Weil ich hab noch... Okay, dann ist es Rockstar, weil Blau kam mit Orangen nämlich mir entgegen. Beide. Ja, ich war mit... Genau. Ich bin von ab und runter gelaufen und dann... Das ist, das ist Safe & Safe Report. Tut mir leid, aber du kamst mir mit Orangen entgegen. Ich hab nur gesehen, dass, äh, dass ich auf dem Weg nach unten war, wegen diesen, äh, Alarm-Dings-Da-Boom-Star. Und dann hab ich gesehen, Game-Gasmus kam mit runter. Also wir waren auf alle viele Beide unterwegs nach unten. Ja gut, aber das ist halt nur, nur dein Verdacht gerade, ne? Also irgendjemand ist mir entgegengekommen, aber ich bin auch in die Richtung von dem Fall gelaufen. Ich kam von oben runter, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wer es war. Also ich bin, ich bin, äh, diese Müllaufgabe im, ähm, im Autoraum gemacht, äh, bin hochgegangen. Da kam mir Blau und Orange entgegen, die sind runtergelaufen. Ich war dann noch kurz in, äh, Nabi drin. Und dann kam diese, diese, dieser Alarm hier mit, mit dem, äh, PC unten runtergelaufen. Und, äh, da kam mir dann auch, äh, Karras entgegen und ich weiß noch, wer war noch dabei? Entschulde? Ich möchte mal, Entschulde, könnte aber auch Narisas gewesen sein. Narisas könnte, glaube ich, wohl, gewesen sein. Narias, bitte, ja. Nein, Entschuldigung. Narias und Gamersin, die haben, glaube ich, gerade die Tasks mit den Kabeln gemacht. Genau. Oder mal unten in, ich glaube, in Storage und anschließend in Admin. Richtig. Okay. Also, ich, ich hab Boxa im Verdacht, ähm, muss ich mal so sagen. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau. Also, mir fehlt noch ein bisschen im Detail. Mir fehlt da auch noch ein bisschen. Ja, ich skip auch, aber ich wollte es noch mal gesagt haben. Ein bisschen ist gut. Skip mal. Merken wir uns. So, schnell den Cooldown ausnutzen, den sie haben. Das ist die Frage, was macht er da so lange? Hä? Okay. Okay, was los? Ups. Self-destrocksen. Ich wusste nicht, was das für ein Knopf ist. Ich wollte mal drauf drücken. Oh, okay. Du weißt schon, das ist deine letzte. Also, jeder hat nur eine Option, da drauf zu drücken. Ja, das ist einfach nur ein Call. Das war cool. Oh, Gott. Das wusste ich nicht. Okay. Habt ihr irgendwas gesehen? Vielleicht was was? Nein, das Einzige ist, wer war vorhin in Communications noch? Neben Woxta und mir. War das Game Gasmus? War das, ja, ich war da drin. Ich hab nur gesehen, dass Woxta halt länger stehen geblieben ist. Ich weiß nicht, kann man da, gibt es da eine Task? Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Ja, also, wenn dieser Alarm kommt mit dem PC musst du so ein Funksignal irgendwie ankleiden. Ja, ja, das weiß ich. Da bin ich ja reingekommen. Dann bist du raus und Woxta stand da noch ein bisschen länger. Also, ich hab meine Aufgabe dort gelöst. Ich weiß nicht, ob es mehrere Leute machen müssen, aber ich hab das gemacht. Also, ich hab das durchgemacht. Verdächtig war Mark. Der hat da die ganze Zeit oben im Office gestanden. Ich bin gerade rumgelaufen von unten rum. Na, na, na. Ich hab dich am Augumencleaner. Naja, ich hab nur noch darauf gewartet, dass du mir ein Messer in den Rücken stichst. Ja, genau. Schliets, schliets. Ich hab nur noch mal jetzt bitte alles geklappt. Nein, nein, nein. Ich hab nur noch mal verankt, dass du mich nicht verstehst. Ich sag's nochmal. Ah, mal gucken. Sorry nochmal. Katastrophe. 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 Überlegt Rockstar, wen man seine Stimme gibt, oder? Aha. Ich wollte ein Cellphone machen. Aha. 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 Hm. So. Äh. Äh. Das dauert. Das dauert. Oh, das dauert. Bomben. Drei, zwei, eins. Und ab geht er. Und ab geht er. Wo? Ich kann euch hundertprozentig sagen, dass es hier pink ist. Ja. 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 Jetzt zieht er hundertprozentig sicher. Ja. Ja, ist er ja. Hast du's gesehen, oder? Ich hab gerade nur noch den Cellphone verschwinden sehen, ja. Hast du's gesehen, oder? Was hast du gesehen? Diesen Kopf. Weg. Da war nur noch dieser komische Knochen, der da rausguckt. Oh. Hast du was zu sagen dazu? Ja, scheiße gelaufen. Ah. Boah, schlecht. Da hätt's dich rausreden können. Schlecht. Hahaha. Ja gut, da hast du's halt. Ja, nicht schlecht. Zu recht. Wir hätten sowieso jemand voten müssen, weil wir haben, äh, ne gerade Zahl. Ähm, noch spielern. Ach. So, die Fragen ist okay. Ja, das Problem ist, die Leute übrig bleiben und es sind noch zwei Imposter da. Ach so. Ach so. Ach stimmt. Ja, genau, stimmt. Okay, das ist jetzt nämlich gut. Ein Imposter weg. Dann kriegt man keine Mehrheit. Fünf sind noch über, das heißt, der letzte Imposter muss vier, ne, drei Leute killen. Damit er gewinnt. Äh, Tiki, votest du für dich selber, oder was machst du? Hahaha. Nein, vote für den anderen. Vote für den anderen. Hahaha. Gibt nicht auf. Gibt nicht auf. Hm. So, aber wer ist der zweite? Mag dann wohl doch nicht. Den hatte ich jetzt ja erst im Verdacht. Weil ich dachte, er muss eigentlich gesehen haben, wie Gigi mich abgestochen hat. Hm. Gucken wir mal nach, wie er ist. Oh, der macht jetzt. Ach so. Na gut. Machen wir mal Tasks, ne. Äh. 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 Und in electrical. Äh. 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 So, meine Tasks habe ich fertig. Oder? Ne, gar nicht. Aha. Kleine Schlampe. Jetzt habe ich meine Tasks fertig. So. 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 Nicht schade hier. Oh. Oh. Und Sascha rum. Schon eine neue Leiche. Hm. Marias. Hm. Marias sucht wohl eine Leiche, wie es aussieht. Oh. Oh. Jetzt steht er hier so rum. Okay. Okay. Ja, bitte. Jetzt. Okay. Okay. Ähm. Wer ist jetzt gerade gestorben? Wer ist dazu gekommen? Äh. Rockstar. Genau. Oder? Hä? Hä? Also, ich sage mal ehrlich, ich bin ganz, ganz, ganz safe überzeugt, dass das Game was denn nicht ist. Weil, ähm, er hat vor Chi-Chi gecallt. Das hätte er nicht gemacht, wenn der zweite Imposter gewesen wäre. So. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das Karasu ist, weil er wollte mich einsperren mit ihm. Aber das hat er nicht geschafft, weil ich gerade noch durch die Tür bin. Ich bin mir 100% sicher, dass das Karasu ist. Ja. Das kann auch Chi-Chi beweisen sein, die die Türen zu oben und unten zugehangen sind. Also, ich habe noch meinen gesamten Task gemacht und, äh, ja. Was hast du als letztes gemacht, Marias? Ähm, im Reaktorraum. Welche Aufgabe? Die Zahlen. In der richtigen Reihenfolge drücken. Okay. Hast du nicht gemacht? Ich war eingesperrt. Ich habe euch ja wieder gesehen, dass ihr... Davor. Davor bin ich zum Reaktor gegangen. Du warst auch Reaktor. Dann bin ich runden zu den Lichtschalter anmachen. Was hast du im Reaktor gemacht? Benzinhof gefüllt. Das gibt's im Reaktor nicht. Okay, du bist safe. Kann ich euch mal sagen, ja? Ich will's nicht ausschließen. Wenn er es nicht ist, dann sind Narias. Das ist immer ein Narias. Ich muss die ganze Zeit dir wundern, warum die scheiß Türen zu sind. Ich dachte auch. Aber Geister können so machen, ne? Geister können auch die Türen tun, ne? Geister können auch die Türen tun, ne? Ja, Geister können die Türen auch tun. Ja, Geister können die Türen auch tun. Ich wollte wissen, was passiert. Ich dachte, wir sperrt nicht an der ganze Zeit eine sein. Ich bin nicht der Typ. Das ist der Typ. Der Typ war's. Das ist der Typ. Der Typ war's. Untertitelung des ZDF, 2020